Volle schnockiert? Ja, das steht dann natürlich super. Und setzen einfach hier unten noch ein Bogen, einmal Bogen hin. Äh, nicht Bogen, sondern einmal Magie hin. So, dann setzen wir uns da hin, damit da ja kein böser Wolf durchkommt. Der Herr kommt direkt her. Mit einmal Magie fahre ich hier, glaube ich, besser. Wunderbar. Wieder der schöne Flächenschaden. Habe ich schon mal gesagt, dass ich Flächenschaden mag, wenn er nicht unbedingt mich trifft. Das hält man mir zwar auf, wenn sie dann weiterkommen. Okay, die Orks kommen auf jeden Fall... Äh, die kleinen Goblins kommen auf jeden Fall nicht durch. Die werden auf jeden Fall erwischt. So. Hör auf, die Leute hier zu heilen, das nervt. Jemand mag's, wenn du die Leute heilst. Nicht mal deine Leute mögen das. Und, die ersten wieder tot. Ein Hoch auf diesen Flächenschaden, Flächenschaden, Flächenschaden. Ah, gut, soweit reicht's. Oh, One-Hit-Wonder sind das schon. Alle auf einen. Und warte mal noch kurz. Ich will mir das wirklich aufheben. Okay. Sollen sie hier nicht durchkommen, klappt's. Hier kommen sie durch. Aufhalten. Und alle aufgehalten. Ach ja, richtig. Ich glaub, die waren magieanfällig. Hoffe ich zumindest. Hör auf, die sind. Ach ja, diese Idioten heilen sie ja. Überraschung! Für Ehre und Glück! Für den König! Und das Ding kann leider nicht schießen. Geht er auch dahin. Vielleicht reichen die? Ich glaube, da greifen sie aber nicht an. So ein Mist. Schlagt auch noch mal mit ein. Komm, der Ork muss sterben. Vielleicht kann man ja so lang genug aufhalten, bis sie ihn klein kriegen. Da haben wir zwar hier eine Schwäche jetzt in unserer Abwehr erstmal. Ja, kommt! Wenn die jetzt nicht... Da kommt die aber durch, toll. Dann haben wir dann später ein Problem. Ach, so ein Dreck. Oh, jetzt haben sie es gefuckt. Rent mal dahin. Rent mal dahin. Jetzt hätte ich gerne noch mal so einen Feuerregen. Ah! Stärkere! Aufrüsten. Hier kommt keiner durch, verdammt. Und da auch nicht. Ach, da kommen sogar noch mehr. Schamane und noch mehr von denen. Toll! Ah, jetzt rennen sie durch. Mist, jetzt habe ich verloren. Ich muss mir das... Wogegen sind denn die Orks anfällig? Sind die gegen normalen Schaden anfällig? Ich weiß es nicht mehr. Volle gefordert! Schaden! Was heißt mal lieber mit normalen Schaden versuchen? Schaden! Und es ist alle für jeden Fall besser, als immer wieder dasselbe zu machen. Reinforcen! So, da oben werden alle erstmal verbrannt. Oh, der ist durchgekommen. Wie kann er es wagen? Oh, der ist durchgekommen. Wie kann er es wagen? Freiheit! Freiheit! Ach, da kommen die eh nicht durch. Hm, den kriegen sie nicht. Ach, dieses blöde Heilen nervt. Ach, wunderbar, wir werden von hier mit beschossen. Äh, es kommen schon wieder so viele. Bin auch nie zufrieden, ich weiß. Machen wir es mal schneller. Freiheit! Ah, Goblins können von mir erst endlos kommen. Da könnte ich ne Menge Geld einnehmen mit denen. Komm, ein Goblin noch. Gut. Hauen wir mal hier ordentliche Granaten raus. Vielleicht mag mein Aufnahme... Ich weiß nicht, ob mein Aufnahmeprogramm tatsächlich Probleme mit der langen Zeit hat, oder ob es einfach das Spiel hier nicht mag. Wirklichkeit! Hm, da habe ich kein Geld. Freiheit! Halten wir sie mal da ein bisschen auf, wenn's geht. Wunderprächtig fein! 3 und 4! Äh, Feuerregen. Feuerregen. Den können wir wahrscheinlich gleich so aufhalten. Halt jetzt... Ah, okay, den können sie angreifen wenigstens. Ah, jetzt kommen die... die ganz Großen. Bauen wir die einfach mal aus, damit die ein bisschen länger standhalten. Freiheit! Ach so, die werden ja wieder geheilt von denen hier. Ah, so ein Dreck. Das hat alles gar keinen Sinn. Solange die leben, hat das alles keinen Sinn. Also sollte ich die am besten versuchen durch. 3 und 4! Ach Mist, jetzt greifen die den an. Am besten die jetzt hier oben festnageln. Hauptsache die hier werden schön weiter attackiert und werden vor allem nicht geheilt. Geh mal mit hier rüber. Das gibt's doch nicht. Hier runter. Ihr müsst da verteidigen. Anders geht's grad nicht. Ja, mehr durchgekommen, das gibt's ja. Ich glaub, es wird irgendwie immer schlimmer. Mit jedem Versuch wird's schlimmer. Vielleicht muss ich sie woanders aufhalten. Voll entlastet! Einmal etwas, einmal etwas! Ich bin ich in der Angelegenheit, aufwachen. eyken! Neue battle! Neue battle! Wurde! Es ist so. Freedem! Beide. So. F- 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 Verwärts! in stücke ich glaube das ist auch nicht die richtige lösung aber scheint irgendwie zu funktionieren ach vielleicht können wir sie hintersetzen ach dann lieber hier vorne hin und block mal hier erst mal die weg okay der eine ist schon mal beschäftigt oh cool das hat gesessen halt mal die erst mal von den anderen pferden aufhalten ich habe das wieder angst für den halt moment das noch nicht durch rein vollen ok halt mit was habe ich gerade gemacht doch ist doch egal irgendwas habe ich gemacht okay noch ein bisschen draufhauen hat er sie wieder geheilt dieses level deutlich schwerer als ich dachte ich weiß einfach nicht mehr gegen was die empfindlich waren hier ich kann auch nicht weiter als level 2 ausbauen leider kommt lass noch irgendjemand sterben nach wie könnte man das problem lösen also hier hängt es dann langsam jetzt haben es noch es 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 Aber wie lösen wir das Problem, dass das einfach zu viele wären, einfach zum Schluss?